Und hiermit herzlich willkommen zu Captain Toad Treasure Tracker der Flut des Mumie Tators mit Mumien Chants auf ausklappten Faden. Och nö, das klingt nicht gut. Also ich werde von der Mumie verfolgt, während ich hier alles wie möglich hier aufdecke. Ja, das kann ja was werden. Oh, das ist ziemlich blöd gelaufen jetzt gerade. Oh, Mist. Ich würde gerne, dass ich jetzt eine Münze sein. und falle dann noch mal runter, weil ich es einfach kann. Ich wollte diese eine Münze noch haben. Dass ich hier so viele Münzen sammeln kann, ist kein gutes Zeichen. Weil ich in dem Sinne ja auch schon einen Pilz verspannert habe, in dem Sinne. Oder ich laufe einfach hier hinein. Das geht natürlich auch. Ich weiß es nicht mehr, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr, wenn es aber alles ist, dass ich einen Pflege zum Herz schwecken. Ich denke mir, dass ich lebe, dass ich irrefülle, dass ich nicht dein Leben für ihn bin. Ich bin ein gutes Zeichen. was habe ich angestellt was habe ich angestellt das war keine gute idee okay jetzt weiß ich aber ich muss warten man kann ja nicht alles direkt von anfang an wissen alle gute dinge sind ja bekanntlich drei nicht Oh, Mist, da spiret's blood. Dann muss ich noch mal eine Runde. Konzentration. Wir kriegen das hin. So. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass er soweit. Der zurückkommt. Nein. Oh Mann, was ist doch so... Mistigkeit. Ich verbringe hier... ...nur ein... ...ein Level... ...ein Video. Oder was? Na, das war überhaupt nicht knapp. Oh, direkt. First Strike, ja. Das war jetzt bis zum Prüc. Das war jetzt bis zum Prüc. Erstmal warten. Aha, ausgedrickst. So. Und wie viele müssen wir sich sammeln? 160, wo habe ich denn Mützen? Ja, ich sehe das jetzt auch. Wir machen aber erstmal weiter. Moment, Schatz, auf der Brücke-Straße. Das wird nicht besser. Oh Gott. Oh Mist. Ich bin definitiv nicht da runtergeflogen. Nein, 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 nein. Oh, das war knapp. Oh Mist. Nein, nein, nein. Oh. Nee, das ist echt schwer. Ja. Vielleicht funktioniert das ja mit dieser Ansicht. Wanderer, das weiß ich nicht, wo ich dann hinbekommen kann. Ah Mist. Ja, okay. Ich bin so ungeduldig jetzt gewesen. Das ist meine Schuld. Nein, nein, nein. Mann. Das ist blöd. Gott. Okay, dann sind es noch zwei. Vorher beim Video. Ich habe jetzt hier voll den Durchhänger. Äh, den Erfolg, würde ich sagen. Nicht den Durchhänger. Ich habe jetzt hier voll den Durchhänger. Nein! Lass mich raten, das ist diese eine Münze. Gut, Gott sei Dank. Okay. So, was haben wir denn? Mumien-Schatz in der Glutspitze. Können wir auch noch hin. Das können wir auch noch hin. Jetzt muss ich mich auf zwei Gegner hier konzentrieren. Oh, komm schon, das doch NEOS. Oh, komm schon, das sind niemals. Das ist mies. Ich glaube ich muss hier mit Konzentration arbeiten und nicht durchrennen. Oh meine Fresse. Ich bin nicht Multitasking fähig, liebe Spiele. Oh mein Gott. So, jetzt einmal hilft dir. Missed. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Missed. Oh nein. Wo stehe ich die Minster einsammeln? Komm schon, Reset. Nein, du sollst auch nicht da. Boah, meine Füße. Mann. Boah, ich... Ich mag das nicht mehr. Ich mag schon, meine Konzentration ist am Arsch. Oh nein. Oh nein. Oh, äh, tschuldigung. Oh, ich kriege die Größe bei diesem Level. Wir machen erstmal das andere auf 100%. Wir machen da in der nächsten Folge weiter. Ich merke schon, meine Konzentration ist wirklich am Arsch. Sollte nach der Arbeit nicht nochmal auf ihm gehen. Woher komme ich denn da rein? Das ist die wichtigere Frage. Das ist wirklich für heute nicht mehr Multitasking-fähig mit zwei Gegnern auf einmal. Bis zum nächsten Mal. Só... das war wieder blöd von mir das war wieder blöd von mir das war wieder sehr blöd von mir liebe leute aber ich glaube meine konzentration ist für heute wirklich weg deswegen würde ich mal sagen mache ich das jetzt mit 100% offscreen und wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder ausgeruht und munter bis dahin tüdelü